Das ist das Final D von den 14 bis 15-jährigen. Scherz Galuso, Lanzoni, Neufgat, die Fichten sind. Und Schirr, jetzt ist sie nicht gefischt, damit wohne die Fichte. Die Fichte ist unter 43. Die Unwärterplatz von 3 Volk, Speedpower, Mittau, und jetzt ein Fahrrad runter durch Speedpower, der ist schon auch für Speedpower, kein Freimana zum Fahrrad mets auf, Gottkamp. Das war so großartig. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.